Also danke, dass ihr alle da seid. Ich habe natürlich schwere Konkurrenz mit dem Talk nebenan. Katzenautomatisierung schwer aufzugeben für so ein Thema. Also ich darf euch WireGuard vorstellen, wir hatten davon schon mal was gehört. Okay, gute Hälfte. Gut, WireGuard bei Jason A. Donnenfeld. Ich betone, ich werde nicht seinen Spitznamen aussprechen, das kann ich nicht. Was ist WireGuard und warum ist das eigentlich toll? WireGuard versucht irgendwie so ein sicherer Layer 3 Netzwerktudel zu sein und dabei relativ viele Entscheidungen einen schon abzunehmen. Das heißt, erst mal damit simpel bleibt, hat der gute Mensch sich gedacht, im Kernel da kenne ich mich aus, da packe ich das auch direkt mit rein, dann spare ich mir die ganzen Verkehre zwischen Userspace und Kernelspace und gewinne vielleicht ein bisschen Performance dadurch. Das Ganze ist dann, der ganze Netzwerktraffic wird dann eine UDP gepackt und einfach mit relativ modernen und vernünftigen Bausteinen gebaut, aufbauend auf dem neues Protokoll. Und ja, es ist relativ übersichtlich, das kann man sich mal so an einem Wochenende eigentlich geben. Es sind rund 4000 Seilen, der eigentliche kann der ganzen Sache. Die Authentifizierung ist ähnlich einfach wie bei SSH. Ich packe irgendwo mein Public Key hin und dann kann ich mit dem kommunizieren, ob ich Tausch steht besser gesagt aus. Und wie ich schon gesagt habe, die ganze Sache ist eigentlich relativ flott. Ich musste den Talk jetzt ein bisschen umbauen. Ich hätte gerne mit euch ein bisschen gespielt, deswegen, weil wir noch ein bisschen mit Netzwerk Probleme hatten, aber da würde ich anbieten, dass ich noch einen Workshop organisiere, wenn da viel Bedarf ist. Und dann setzen wir uns nochmal zusammen für die, die richtig Lust haben. Ansonsten habe ich jetzt nochmal in der letzten halbe Stunde ein paar Screenshots gemacht, dass irgendwie so ein bisschen noch klar ist, wie schaut es denn eigentlich aus. Wie konfiguriere ich das alles? Mitgeliefert wird so ein Programm, das heißt einfach nur WG. Damit kann ich irgendwie angucken, wie ist denn die aktuelle Konfiguration und so weiter. Ich kann aber auch eben sagen, mit wem will ich denn reden? Wie ist mein Schlüssel? Wie ist der Schlüssel von dem anderen? Schaut dann etwas so aus und so ein paar Daten. Das ist jetzt das lokale Interface und das ist jetzt ein Peer, mit dem ich kommuniziere. Die echte IP, die externe ist eben dieser Endpoint und ich erlaube dem, dass dieser Peer nur diese eine IP hat, die 001 eben. Und da gibt es eine 1 zu 1 Relation. Also wenn ich eine gültige Nachricht von der IP bekomme, die zu dem Schlüssel passt, dann weiß ich, wer dahinter steht. Und netterweise kann man sich da auch so kleine Konfigurationsdateien schreiben. Mit WG Quick kann man die dann eben aufrufen. Dann wird einem ausgegeben, was das alles macht und das hat relativ vernünftige Defaults eben, auch wenn man zum Beispiel eine Fault Gateway setzt oder so, da wird alles richtig gemacht. Das kann in Loops entstehen und so weiter. Das ist eigentlich alles ganz nett. Kann man es lesen? Okay. Das ist jetzt so, wie eine Konfigurationsdatei ausschauen würde. Also im Tunnel, ja, die Tunnel-IP ist die 1001 und auf welchen Port ich nach außen höre. Dann der Private Key dazu, den kann man sich auch mit dem WG-Tool generieren und der wird dann, ja, ich gehe noch mal eins zurück. Der Public Key, der wird hier angezeigt oder man kann sich auch direkt eben den, einfach den Private Key reinpipen und dann kriegt man ihn auch. Und dann jetzt, jetzt möchte ich noch mit einem anderen Host eben kommunizieren. Da trage ich bloß den Public Key erstmal ein. Und ich sage gleichzeitig dazu, weil es diese 1 zu 1 Relation eben gibt, welche IP ich dem überhaupt zulasse. Warum das man so macht, erkläre ich auch noch gleich. Und noch jetzt dazu noch den zweiten Host. Da ist quasi jetzt alles umgedreht. Ja, also der zweite Host ist auf dem Tunnel eben die 2, hat den und den Private Key, der genau dem entspricht, was zum Public Key eben oben entspricht. Und da ist es eben exakt andersrum. Und jetzt ist noch eine Zeile mehr, die ich da unten eingefügt habe. Das ist diese Endpoint-Zeile. Irgendjemand muss mal die erste Verbindung aufbauen. Noch steht dann nirgendwo, wer wo jetzt in der echten Welt sitzt, ja. Also wir haben unsere Tunnel-IPs, aber noch nicht die aus der echten Welt. Und da reicht es, wenn das einer weiß und den anderen erreicht. Denn wenn da so ein Paket ankommt, wird einfach geguckt, zu welchem Public passt das. Dann wird die Konfiguration angeschaut, passt dann alles zusammen. Und erst dann geht es weiter und dann weiß man auch genau, wer das ist. Und dann wird auch auf demselben Interface, wie das Paket reingekommen ist, auch wieder zurückkommuniziert. Das heißt, mit WireGuard kann ich so Sachen machen, wie es mir Mosh ermöglicht, dass ich einfach roamen kann. Ich kann meinen Server einfach irgendwo feststehen lassen. Mit meinem Gerät, mit dem ich einen Tunnel aufbaue, der weiß, wo der Server steht. Der Server weiß aber vielleicht gar nicht, wo der Rest ist. Und dann habe ich vielleicht so eine Konfiguration. Ich habe irgendwie so einen Server, der kennt die ganzen Clients, ja. Clients und Clients und Clients und der weiß nicht, wo die sind. Das kann eine ganze Liste sein. Und wenn ich jetzt so einen kleinen Server bin, dann bin ich derjenige, der verantwortlich ist, einfach zum Server die erste Verbindung aufzubauen. Aber dann kann ich einfach irgendwo sein, solange ich den Server erreiche, kann ich mit dem auch über WireGuard reden. Und das funktioniert einwandfrei. Genau. Und was man da auch noch, ich glaube, da habe ich mich einfach verdippt. Statt dem letzten hätte ich einfach da auch 0, 0, 0 und slash 0 schreiben können. Dann wird automatisch einfach auch ein Default-Way gesetzt. Und ich kann einfach jeden Traffic, den ich habe, komplett über den Tunnel jagen. Und dann geht er beim Server raus. Wie sieht es denn sonst aus? Also WireGuard schaut dann einfach aus wie ein ganz normales Netzwerk-Interface. Ich kann die ganzen Spielereien damit machen. Mit fast anderen Sachen auch, die jetzt nicht Ler2 oder Tiefe betreffen. Ich habe, wenn man irgendwie Hardtop aufmacht, dann sieht man davon nichts, weil alles im Kernel lebt. Man macht dieses Interface, man konfiguriert seine Peers und ist im Prinzip fertig. Der ganze Kram von internal State Sessions, wer jetzt wie Connected ist, sehe ich jetzt erstmal gar nicht. Das verhält sich für mich einfach wie ein ganz normales Interface. Und um es jetzt nochmal wirklich nach Hause zu bringen, ich habe diesen Key und wenn eben zu diesem Key habe ich konfiguriert, welche IPs dazu passen. Das heißt, von diesem WireGuard-Interface bekomme ich von einer gewissen IP eben ein Paket. Und die IP weiß ich, dass ich zum Beispiel alles zugewiesen habe. Und weil es über WireGuard kommt, ist das garantiert für alles. Also das macht meine Firewall-Regeln eben total simpel, weil ich gar nicht großartig aufeinander schauen muss, Entschuldigung, als auf die IP. Dann nochmal ein bisschen so internal, was wird denn alles verwendet? Wie ich schon gesagt habe, eben ist es das Noise-Protokoll von dem Trevor Perrin. Das ist eine Konstruktion eben, um irgendwie so Krypto-Protokolle zu generieren. Da kann man mehr oder weniger einfach seine Krypto-Primitive reinstecken und man kriegt daraus ein fertiges Krypto-Protokoll. Insofern ist es relativ schön flexibel. Es werden spätestens alle zwei Minuten neue E-Firmal-Keys generiert. Also das heißt, selbst wenn ich da den Traffic mitschneide, ist auch irgendwie hinterher kaum noch was rauszufinden. Der Key-Exchange passiert innerhalb eines Roundtrips und dabei ist egal, wer den initiiert. Jeder kann einen neuen Key-Exchange auch anfordern. Das ist nicht an diese zwei Minuten gebunden. Nachdem der Key eben generiert wurde, eben für die aktuelle Session, wird dann symmetrisch verschlüsselt und authentifiziert mit Charger 20 und Poly 1305. Die Schlüssel-Generation, die läuft halt eben über das Eclipse-Key-Verfahren, die vier Helmen, mit der Curve 25519. Für die Hash-Funktion von dem, für die Key, der Relation-Funktion, nimmt man den Blake 2. Das ist ja so ein Verwandter vom Charger 20. Das sind alles mehr oder weniger auch vom selben Menschen gebaut. Und dann so die, nach dem Verfahren ist einfach, für die Key-Derivation ist einfach das H-KDF-Verfahren und für dann interne, die IP-Einträge und die Public-Keys und so weiter intern. Das wird mit ZipHash gemacht. Und jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten und wirklich, wirklich nette Entscheidungen, die man sonst selten sieht. Nur in dem Moment, wo ich wirklich einen neuen Peer zufüge zu meiner Konfiguration. In dem Moment wird aller Speicher, der jemals dafür benötigt, wird alliziert. Kein Paket sorgt dafür, dass neue Speicher angefordert wird. Also eine Menge Fehler sind da schon einfach raus. Und genauso wenn ich die ganzen Paket-Header, ein kleiner Header muss ja mit rein in das UDP-Paket, um das andere Paket herum. Das sind alle statisch große Felder. Also kein Parser nötig, keine Leih-Parser nötig. Ich weiß genau, wo was steht und wenn es keinen Sinn macht, werfe ich es weg. Und sobald da irgendwie nur irgendwas komisch aussieht an diesem Paket, werfe ich es weg. Und mein Zustand ist wie davor auch. Also ich ignoriere das komplett. Es hat kein, ein nicht authentifiziertes Paket, hat überhaupt keinen Einfluss über den internen State. Und das ist echt eine, das sind einfach so ein paar Sachen, die das recht, das sieht man selten so in der Form, dass es einfach wirklich strikt durchgezogen ist. Und statt irgendwelche Fehler zu beheben, werden sie erst mal unmöglich gemacht. Finde ich einen ziemlich geschickten Ansatz. Genau, zur Performance. Ich war selber relativ überrascht. Momentan ist es so, es ist eine reine Kernel-Implimentation, die hat natürlich nur diesen User-Space-Kernel-Space-Kobie-Vorteil. Es sind ein paar andere Implementationen in der Mache auch. Einen Go, einen Rust. Damit man das halt eben auch irgendwie außerhalb von Linux irgendwann mal betreiben kann. Momentan sind die aber noch nicht fertig oder funktionieren nicht so hundertprozentig. Selbst auf unbeschleunigte Hardware und relativ schwache oder alter ist dieser Charger 20 Verschlüsselungsalgorithmus echt flott. Also da wurde halt einfach gezielt auf teure Operationen verzichtet. Es wird relativ wenig einfach nur herumkopiert oder zufällig herumkopiert, wie es bei AES so aussieht. Und im Gegensatz zu AES ist es halt auch deutlich einfacher, gegen Timing-Attacken zu schützen, da ist AES ohne extra Hardware eigentlich immer recht anfällig für. Und ja, man sieht es auch selten. Oft sind dann auch die schlanken Lösungen manchmal vielleicht dann auch einfach die, die einfach, ja, ich prüfe diese extra Fälle einfach nicht ab und mache sie trotzdem. Aber in dem Fall gilt wirklich, ich habe da überhaupt kein Problem mit alter Hardware, Gigbit komplett zu saturieren. Und ich habe immer noch Rechenleistung übrig. Also es ist überhaupt kein Problem damit. Genau. Und dann so eine wirklich, da merkt man einfach, dass so wirklich an fast alles gedacht wird. Das spielt wunderbar mit den ganzen Netzwerk-Namespaces. Ich kann so ein WireGuard-Interface nehmen und wenn ich das erstelle, dann merkt das sich seinen aktuellen Network-Namespace. Wenn ich jetzt das in ein anderer Namespace verschiebe, weiß das, wo es herkommt. Das heißt, ich kann das benutzen, um einen Namespace komplett von physikalischen, von physikalischen Interfaces zu trennen und das quasi zu zwingen, über dieses WireGuard-Interface überhaupt nach draußen zu kommen. Also das ist eine Zornade, das will ich kurz vorstellen. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt halt, wenn man sich jetzt halt einmal die Arbeit machen will und dann alles, was normal auf dem Rechner passiert, durch den VPN soll, macht man das folgendermaßen. Man fängt an und packt seine ganzen physikalischen Interfaces, also zum Beispiel das Ethernode, ja. Ich baue ein neues Internet, einen neuen Network-Namespace physikalisch, also für habe ich den einfach jetzt genannt, verschiebe da mein Interface rein. Dann kann ich da einfach mit IP-Netness-Exec, kann ich da einfach rein. In dem Moment läuft meine Shell komplett unter diesen Namespace, unter diesen neuen, wo jetzt halt nur das physikalische Gerät drin ist. Da kann ich jetzt machen, was ich brauche, um das wieder zum Laufen zu bringen, ja. Irgendwie Internet erstelle, wie du wieder zum Laufen bringen oder so. Beim Verschieben verliert leider alles seine Konfiguration. Das muss man also dann neu wieder aufsetzen. Dann erstelle ich eben mein WireGuard-Device. Und schiebe es wieder raus, ja. Und in dem Moment kann ich dann, und wenn ich es dann konfiguriert habe, geht aller normaler Traffic, den ich sonst so habe. Ich mache einen Browser auf, ich rufe mal E-Mails ab, ich mache eine SSH-Session auf. Die wissen von dem normalen Netzwerk-Interface nichts mehr, sondern es geht alles dann über den Tunnel. Die Frage war, was mit Anfragen ist. Wie meinst du das genau? Wenn aus dem lokalen Netzwerk, also aus dem physikalischen, eine Anfrage an meinen Redner kommen sollte. Und dann endet er halt in dem, also ob das, wenn, Entschuldigung. Wenn ein Paket an das normale Netzwerk-Device geht, was passiert damit? Dann landet es einfach in diesem physikalischen Namespace. Wenn das nicht ein Paket ist, was für den Tunnel gedacht ist, dann, also an das Port vom Tunnel gerichtet ist, dann, ja, was auch immer, ja. Was halt auch gerade auch sonst noch läuft. Und wenn es an den Tunnel gerichtet ist, eben, dann, ähm, wird halt ganz normal geschaut, wo, ähm, wo kommt es her? Und, ähm, das Ganze geht los, aber es erscheint dann eben auf der anderen Seite im Default-Namespace. Okay. Und das umgedrehtes Szenario ist, ich, ähm, mache mir einen VPN-Namespace quasi. Ich erstelle also in meinem Default-Namespace, das WireGuard-Interface, verschiebe es dann in der dritten Zeile in das VPN-Namespace. In dem Moment hat also dieses, äh, äh, WireGuard-Interface immer noch Zugriff auf alles, was da war. Und, ähm, dann, wenn ich da jetzt irgendwas da drinnen ausführe, dann, ich habe es jetzt beispielhaft mal so gemacht, bin einfach da rein, habe mir alle Adressen, die es so gibt, anzeigen lassen und da ist nur ein lokales, äh, local Interface und eben nur das WireGuard-Interface. Es gibt also keine andere Möglichkeit, so irgendwie nach draußen zu kommen, als über diesen Tunnel. Und dann kann ich zum Beispiel so Sachen machen, wie einfach zum Beispiel Firefox starten oder irgendeinen Browser starten und, äh, den halt über, in dieses, äh, Network-Namespace zu packen. Genau. Da sind nochmal die wichtigsten Links. Ähm, ich werde die Folie noch online packen, ähm, beziehungsweise die noch auf den, äh, Talk-Beschreibungen, äh, mitstellen. Und, äh, ich würde mich darum bemühen, wenn wirklich jetzt halt noch, äh, viel Fragen offen sind und, äh, Lust ist, damit zu spielen. Ich habe ein bisschen Hardware noch dabei, da können wir mit rumspielen. Ähm, da einfach die nächsten Tage noch einen Workout. Und dann wäre ich jetzt für Fragen noch offen. Ja. Also, es geht halt darum, die, äh, die beiden Gegenstellen, also die miteinander kommunizieren, haben ja den Public-Key zur Identifikation. Und ich stelle mir das halt so vor, auch wenn beide Komponenten, also Client und Server, zum Beispiel hinter Carrier-Create-Nut oder sowas sind, sollten die sich ja auch gegenseitig sehen können. Und dann müsste es ja eine Art Peer-to-Peer-Lösung geben, so ähnlich wie es jetzt Bit-Torrent gibt oder vielleicht irgendwas Blockchain-basiertes oder irgendwas, wo die Hole punchen könnten. Und dann die öffentlich sichtbare IP-Adresse und Port in das System eintragen, das Peer-to-Peer-System, sich dann über den Public-Key gegenseitig sehen und einfach verbinden. Gibt es da irgendwie eine Lösung dafür? Also, ich habe ein paar per Hand ausprobiert, die funktionieren, also das Übliche funktioniert. Man kann selber einfach, wenn man weiß, wo es hingehen soll, einfach ein Hole punchen, indem man halt einfach ein Netzwerkpaket baut, was einfach in die richtige Richtung geht. Wenn das beide tun, sind beide Firewalls offen, einfaches NAT ist überhaupt kein Problem, ja, das ist nur dann ein Problem, wenn beide hinten NAT sind. Und was es dann noch so als Zusatzfunktion gibt, ist eben, dass wenn man ein einfaches NAT nur hat, oder das hilft eigentlich aber auch bei beiden Fällen, wenn zwei NATs sind und die Verbindung steht mal, dann kann man ein Keep-Alive schicken. Das kann man so konfigurieren, so unter 30 Sekunden, da fangen dann die Firewalls meistens an und machen wieder dicht. Also, wenn man so bei 20, 25 Sekunden in ein Paketchen schickt, bleibt das Port offen. Das hat auch funktioniert relativ gut bei mir. Was kann ich dazu noch sagen? Ja, also das ist wirklich jetzt nur so der minimale Baustein, das überhaupt zum Laufen zu bringen. Wie man das jetzt drumherum organisiert, ist dem jetzt erstmal so egal. Also, da ist auch dann eher so, ja, das würde man da auch nicht integrieren. Das ist davon auch eher unabhängig. Das hat dann auch Schnittstellen, dass man es wie in eine Library einbinden könnte, in so einer Geschichte dann. Also, dass man jetzt das einfach erweitern könnte mit diesen Komponenten, die jetzt zum Beispiel das Hole Punching machen, die jetzt die Verteilung der IP-Adressen oder das Herausfinden der IP-Adressen machen. Dass man das einfach in das Große und Ganze einbinden kann als Library, das geht auch. Oder muss ich da viel ändern? Nee, das hat auch wenig damit zu tun, ehrlich gesagt. Das würde man wahrscheinlich auch komplett daneben organisieren. Wenn man weiß, was los ist, würde man dann den Tunnel aufbauen. Also, man könnte jetzt eine einfache Lösung, sagen wir mal so. Ich habe einen zentralen Server. Ich sage als Client, der hinter dem Netz sitzt, hey, hier bin ich. Der Server weiß es in dem Moment, okay, die externe IP ist vermutlich von dem. Das machen jetzt ein paar Leute. Dann wird auf dem Server angefragt, hey, ich würde gerne mit der Public Key reden. Dann kriegst du die externe IP. Der andere fragt vielleicht auch nochmal nach. Und dann können die sich ja wieder in der Mitte treffen. Also, das würde man, das hat jetzt erstmal dann nichts damit zu tun. Ja, wäre nett, wenn es natürlich direkt geht. Aber ehrlich gesagt, so etwas muss dann auch echt in dem Kernel sein in dem Moment. Das geht auch echt gut im Userspace. Da gibt es, wie gesagt, auch tausend Varianten, das zu tun, ob man das jetzt über eine DHT löst oder wie auch immer. Es ist jetzt orthogonal dazu. Aber man hat eben einen Baustein, um so etwas dann zu bauen. Da hinten sind Fragen, da sind mehrere, okay. Wenn ich jetzt damit spielen will, was brauche ich dann an Software? C-Compiler, Wim, Make. Ja, es hält sich in Grenzen. Es ist wirklich, wirklich wenig Abhängigkeiten. Auch das Repository ist wirklich schön organisiert. Man kann, es gibt Patches, die den aktuellen Kernel-Source patchen. Es baut mit DKMS. Es baut einfach auch so als Modul. Also ich habe das alles ausprobieren können. Es war eigentlich alles problemlos. Also es ist wirklich schön organisiert, ohne Probleme. Also damit rumspielen auch auf der Ebene. Ist wirklich ein schöner Einstieg. DKMS heißt, du hast es auf Debian ausprobiert? Nee. Ubuntu? Nee. Void Linux. Okay. Die eigentliche Frage war, die laut IPs, die da vorhin konfiguriert waren, sind das die im Tunnel, also die die Gegenstelle haben darf oder alle Pakete, die ich überhaupt annehme? Das sind die im Tunnel, die Tunnel-IP. Ich kann auch sowas so machen. Ich kann alle zulassen. Ja, das ist, damit ich, wenn ich eben über einen Server tatsächlich ins Netz will, dann muss ja von dem aus ich von allen IPs Nachrichten bekommen. Der Server selber spricht mit mir über die Tunnel-IP. Aber über den Tunnel kommen natürlich auch, sobald ich mal diesen Hop weitergehe, weltweit die IPs. Also ich kann das so eng wie möglich schnüren. Ich kann auch wirklich eine Liste von Einzel-IPs angeben, die ich sage, die ich über den Tunnel überhaupt hören will. Oder ich kann sagen, es ist mir recht, du bist jetzt mein Gateway. Ich nehme alles an. Also letztlich ist das schon eine Art Firewall quasi? Es stellt halt sicher, dass man zu dem Maße diese Relation von Public Key zu IP eben erstmal festnagelt. Und wenn ich dann halt, und darauf entsprechend eben, kann ich dann meine Firewall-Regeln aufbauen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt halt, was soll ich sagen, also das macht halt in dem Sinn erst recht Sinn. Also wenn man es einstreckt, macht es mehr Sinn. Wenn es Public Key ist, wenn es wirklich alles offen ist, dann gelten die ganz normalen Firewall-Regeln. Dann habe ich keinen Extra-Gewinn, den ich sonst dann auch hätte. Wenn ich aber will, dass zum Beispiel einzelne IPs mehr oder wenige dürfen in meinem Netzwerk, will ich die weiterleiten oder nicht? Oder was mache ich mit denen? Dürfen die auf meinen Web-Server oder nicht? Ja, dann macht es schon Sinn, das so granularer aufzuteilen. Ich habe im Hinterkopf dynamisches Routing à la OSPF, BGP irgendwas, wo ich halt nicht weiß, wo was herkommen kann. Dann will ich das wahrscheinlich dann ganz oft machen. Hast du sowas mal ausprobiert? Das habe ich halt ausprobiert und was ich auch noch vorweg nehmen kann, falls die Frage kommt, auch so ein Onion Routing ist noch nicht integriert, soll aber noch kommen, damit man auch sowas Einfaches wie ein Relay bauen kann, ohne jetzt halt zwischenzeitlich das Paket auszupacken, um es dann wieder weiter verschicken zu können, auch im selben Tunnel in dem Sinn, also das gibt es leider auch noch nicht, das ist auch noch nicht gemacht, aber es ist auf der To-Do-Liste auf jeden Fall. Das ist das Mikrofon dahinter gewandert, ja. Ich würde interessieren, ob es die Möglichkeit gibt, über eine zentrale Stelle, also über einen zentralen Server, einen Full-Mesh zu initiieren. Das schlägt in die Kerbe eben. Also was ich machen kann, ist, das ist quasi das Server-Client-Beispiel, das ist das jetzt auf meinem Server, der Server ist einfach erreichbar, über die 001 eben, zentral, da schickt jeder hin, von da raus schickt jeder weg. Und ich kann aber auch zur Not zwischen Client 1 und 2 in dem Beispiel jetzt zusätzlich auch noch eine Verbindung in den Tunnel aufmachen. Das stört jetzt erstmal nicht, automatisch geht es aber noch nicht. Ja, das war der Punkt, ich müsste es dann wieder manuell initiieren, aber dass der Server das sozusagen vermittelt, das ist jetzt hier drin nicht vorgesehen, auch nicht integriert, wenn dann auch wieder so eine externe Lösung. Also bemerkend muss man da auch wirklich erst, das ist ein Lego-Stein. Wie ich den jetzt nicht verwende, was man meint, aber was das tut, ist zwischen zwei Leuten einen sicheren Kanal aufzubauen und ein paar extra Nettigkeiten auch noch mit reinzupacken. Und da habe ich noch eine zweite Frage, kann man den Public Key auch an die erlaubte externe IP binden? Nicht, dass ich wüsste, würde er auch dann das Roaming kaputt machen. Ja, definitiv. Eventuell kann man natürlich eine vorgelegte Firewall-Regel damit hinkriegen. Ich erlaube von einer gewissen IP, oder nur von den und den IPs an das Pod vom Wireguard zu binden zum Beispiel. Sonst noch Fragen. Ja, nur kurz, wie sieht es mit IPv6 aus? Geht alles, ich habe das jetzt bloß, weil es ist schon da zu lesen, das hat er in dem Papier gemacht. Sowohl zwischen den Peers als auch im Tunnel. Ja. Noch Fragen? Dann würde ich sagen, lasst es mich wissen, wenn ein paar Leute zusammenkommen, kümmere ich mich um einen Workshop. Wir können dann noch ein bisschen spielen. Ich bin im EH18-Channel. Und genau, sagt mir Bescheid und dann gucken wir, dass wir nochmal Zeit finden. Dankeschön. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018